Du müsstest eigentlich schon längst machen. Du kannst es unten platzieren. Und damit verlohnt hast du viel Konzert bei... Tactical Salad! Du kannst es unten platzieren. Warum denn unten? Was willst du denn mit unten im Schild? Wir spielen die vier Reise. That's true. Ähm... Was heißt das? Wir haben zu wenig Zeit. Äh, ich würd gerne rufen. Ich möchte in diesen Abstelleraum gehen. Geh in den Abstelleraum. Wir sind hier vorne gespawnt. Ja. Yo, Alter. Schieß einfach mal durch, ob du 13 AP ist. Klar, man. Deine Mutter. Ja. Was? Wieso hab ich den nicht erwischt, bitte? Keine Ahnung. Ritze Doppel-Null. Ja. Weil ich gesehen hab, dass der da steht. Ich hab den Sitz da nicht gesehen. Ich hab den Sitz da nicht gesehen. Doppel-Null. Alter, ich hab ihn in Split-Out Also verletzt Alter, wie geht das? Muss man denn mit der Drohne treffen? Was? Was hat der denn jetzt geschossen? Oh wow wow, diese Reaktion Ach, da war ein Loch, da hab ich mir überhaupt nicht gewusst Nein! Was macht die? Wegen viel im Raum, da machst du auch nicht viel Kann man sich jetzt bitte ein bisschen besser anstellen? Wie haben wir es angefangen, Jimmy? Ja, aber da haben wir nichts zu tun Ich bin doch müde Was macht dich ins Gehirn? I I Sagt der I Ich sag dir, da tut meinem Gehirn bestimmt nicht gut Ja, aber Ich will ja gar nicht sagen, dass meine Aktion mit dem Schild so spät aufstellen besser war, aber warum gehst du denn da hin, indem ich sag, die hab ich auf 13 AP runter gehauen Jaaaa Weil ich die Falle denn da unbedingt passieren will Achso, weil ich ja schon zu spät war, bist du dann pünktlich oder was? Ganz genau Alter Diese Gedanken gehen da hin Werden die ersten sein? Ja, die ersten Toten, hast du recht Habe ich doch gut einsichtsvoll bewiesen Ja Manchmal würde ich deinen Kopf zu gerne verstehen Ich hatte eigentlich erwartet, dass wir durchschießen und dann weitergehen, aber es hat nicht zugetraut Hallo ihr Fagoten Ja, ich geh ja schon Ich geh jetzt aber konzentrieren Ron und, äh, ja Ja, einfach, einfach jetzt mal hier oben, bitte Was sagt der der? Keine Ahnung, der hat den Schild außen gemacht Also Also 10 Sekunden Also Jungs, wir spielen gegen Noobs eigentlich Weiß ich, wie sehr mich das interessiert Ich weiß nicht was Ich hab dieses System irgendwas aussagt Ich hab das nicht Ich hab das nicht Alter Das ist Ja War ja genauso gut wie die Hast du ihn gesehen? Ich hab mich Fremdenbereich räumen Hier oben ist einer hinterm Schild Da oben? Ja, der hat mir jetzt immer getroffen Ach okay Aber da ist ein Schild hinter Da oben dürfte keiner drin sein aber das ist jetzt auch schon ein bisschen ohne garantie ich weiß aufsala da hat er auf mich gewartet ah fuck habt ihr den hier? alles zu ja hier war doch einer draußen oder wo war der? ich will an einer Stelle auf die Treppe gucken ja ich habe auch was gehört aber weil das dauert nicht lange hier hoch zu kommen wir spielen gegen Loose, wir spielen aber auch in Minden, hast du das Gefühl? ja, ja gut einen habe ich verletzt von zwei Tote ich glaube das lohnt sich, egal ja, da war doch der Verletzte vielleicht ja einer noch unten warte auf Jimmy am besten ja ich lad eben nach lad jemand eine Drohne, dann könnt ihr schon mal gucken wo der ist gute Idee du bist eigentlich der beste Schützer du bist eigentlich der beste Schützer ist oben oben ja Ron geh rein obwohl aber guck auf die warte wo bist du ah ok er ist unten nein er ist zu hoch guck drauf guck drauf Ron ja alter was hast du da jetzt gemacht? ah Matratze pass auf, der ist eine Matratze am Eingang ah ja 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 Ronny Boy was ist los mit dir bei Waymo 6 mittlerweile ich habe zwei gekillt, tut mir leid naja den da oben ja wer hat es ich habe den im Bleedout gemacht, du hast nicht geschossen ja ich habe gedacht der wäre im Bleedout, dann wollte ich scheißen ja ich wollte dann scheißen Alter ok was ist bloß los hier ich wollte vorrücken und dann ist er auf einmal aufgestanden ja ich dachte das wäre ein Rook, aber ich habe mich vertan ja aber selbst wenn, der ist im Lied und der ist der letzte, da musst du ja trotzdem draufziehen wir waren ja zwei gegen einen und wir haben was verkackt, das ist das schlimmste der ganze Sache ja das war nicht illegal, aber was hast du da gemacht? ja bei dem war das ich war in der Pistole und hab gedacht du killst den, aber dann bist du umgefallen da musste ich erst rausgehen und nachladen, das war halt voll die scheiße Situation ich habe gehört, du hast den safe, so ja ok, lalalala hätte ich gedacht ja das war falsch gedacht, das habe ich gemerkt hätte ich gerne gehabt, war nicht so ich habe gedacht so Ron hat den ja safe, ist ja alles cool andererseits, ich kann jetzt mal einen Spruch anfügen ich habe gehört, du sollst nicht denken egal, egal was denn, soll ich es offen oder was? nee, nee mach, mach, mach das mal, das ist richtig mach das woanders alter wird dieser Gewölber verziehen ich hätte ja nie auf die Pistole gehen, ich wollte ihn ja nur töten warum kann ich hier Fgeny nicht fürchten? was? was kannst du nicht? ich kann hier keinen Strom dran machen muss da eigentlich gehen ich habe kein Problem da geht aber nicht kann, weiß ich nicht hätte, würde, könnte eigentlich gar nicht so halt doch die Schnauze für mich eigentlich nicht so gut nee, brauchst du nichts dazu zu machen die Tür ist gesichert der ist dann hier drin ja, geht denn jetzt alle da hin Ich geh da rein. Ne, ne, ich bleib hier. Nein, ich meinte er die beiden, beziehungsweise der Idiot, der zu Romm gehört land ist. Der fang dann direkt durch die Luke. Ja, ja. Das war... Lachs. Falsch wer das war, aber das war ja. Ne, Ron, aber da haben wir uns gerade echt nicht gut angestellt. Das war nicht so leicht. Ich mach den Bleed out, wechsle auf die Pistole, versuche ihn zu killen, denn Ron hat ihn auch immer und stirbst. So, naja, what the fuck. Das war halt echt, naja, gut. Passiert halt. Naja, wir hatten schon schlimmere Momente. Nein, das war mit das Schlimmste. Also deswegen, dass wir 2-1 verdienen, das war schon das Peinlichste, was ich erlebt habe in dem Spiel. Die Treppentür ist offen. Ja, dann guck da hin, ich guck auf ihn, also da hin. Ok. Oben? Ja, ich glaube nicht, dass er da durchschießt. Ich glaube, die versuchen. Oben musst du mal... Boah, ist die... Ernsthaft? Ja, er hat einfach gehört, dass der... ... dass der... ... Thermite... ... seinen Bricht draufgelegt hat, ne? Jaja. Fuck. Ich hab falsch geschossen. Einer so auf der Treppe ist, der schießt noch auf der Treppe. Ich bin tot. So, jetzt hab ich ein bisschen Angst gemacht. Oh, keine Verwurfe an Kameras mehr. Ne. Tschüss. Mann, der war... Ich hab den nicht gesehen durch meinen Visier. Ich hab gedacht, der wär weiter oben. Scheiße, da... Da ist das zweifache oder dreifache Zoom dann teilweise auch echt scheiße. Ja. Der Sichtfeld ist etwas klein, das stimmt wohl. Ne, du musst dir vorstellen, ich hab die Waffe in der Hand gehabt. Ziel oben auf die Treppe, weil ich gesagt hab, der wär auf den... ... auf den Vorsprung. Und ich hab halt nur so gerade seine Beine gesehen, da war ich schon tot. Weil halt Waffe plus Zielfernrohr und so, ne? Letzter verbleibender Gegner. Ja, bald. Das ist nicht die beste Runde von... Ja, dann nicht. Beste Runde von KJ. KJ. Das ist mal passiert. Das ist mal passiert. Da war der... Äh... Ich glaube, das war der Fuse. Der hatte auch einen doppelten Zoom. Ja, und ich hab die ganze Zeit gehört, dass irgendjemand so irgendwo um mich rum... Also über mir oder unter mir irgendwie so rumschleicht, ne? So fünf... So zwei Minuten, ne? Habe ich ihn gehört. Dann dreh ich mich so um... Und sehe den Typen einfach vor mir stehen. Und der sieht mich nicht, weil er ja durch das... Das... Durch das... Durch das... Sinn von Fernrohr guckt. Äh... Ja. Aber genau so ist mir das auch passiert. Genau so kannst du dir das vorstellen, dass mir das auch passiert. Ja, manchmal passiert das. Da kannst du auch nix dran machen. Ne, da kannst du auch nix dran machen. Aber ich... Mich ärgert noch nicht mal, dass ich ihn nicht gesehen habe. Mich ärgert, dass ich vorgegangen bin. Weil wenn ich nicht vorgegangen wäre, wäre ich nicht gestorben. Und wenn ich... Ich bin der Meinung bei solchen Aktionen, wenn ich da vorgehe, muss ich ihn haben. Ich muss mal sagen, die Wahrscheinlichkeit ist, äh... Sehr hoch, dass man falsche Entscheidungen trifft, dadurch, dass man permanente Entscheidungen trifft, ne? Ja... 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 Und du weißt ja, du kennst es ja selber, das mit dem... Äh... Aufhör zu denken, das liegt uns ja auch nicht gerade ins... Unbewusst, also... Ne, dann denkt sich das tot manchmal. Ja, das ist echt... So, was passiert denn dann? Oh, wir haben keinen Fuse. Ist dich Fuse must-have zur Zeit, FDV? Er ist viel besser geworden, ich sag's mal so. Ja, cool. Aber guck mal, um das auffassen, man kann sich wirklich sehr gut kontern. Wenn jemand mit der Schrotze vor dem Fenster sitzt und das hört, bist du in 90% der Fällen weg. Ja, aber jetzt hier, können wir ja komplett von oben rein gehen. Lass mich mal da vorne Claymore stellen. Ja, von oben kannst du... Ja... Du kannst einmal rein in das... Breite Fenster... Und... Und dann... Ja, aber wir haben halt kein... Wir haben halt kein... Wir haben kein... Hier ist auch ein breites Fenster. Wir haben kein Fuse. Wir haben kein Fuse. Also wir haben... Also du meinst, ich dachte, du bist jetzt gerade fürs... Oder hier. Hier ist auf der Treppe. Einer ist auf der Treppe. Über euch. Passt auf. Nicht, dass der da was aufhaut. Okay. Wissen wir Bescheid. Also der Abschluss hier ist schrei. Ich spreche hier oben auch ein Claymore. Wer weiß, vielleicht will er so Bock rauszugehen. Benutzt mal meine Kamera. Ich hab auch noch eine. Ich geh nur auf der rein. Sag der, please. Hör hier Musik. Äh... Ronde Vista gefragt. Geht zu den anderen. Geht zu den anderen. Ja, geht zu den anderen. Vielleicht musst du die Wande auch springen. Ja, okay. Mach einfach. Er ist immer nach oben. Ist jetzt live. Jetzt meine letzte Drohung kaputt. Hier ist einer in der Garage. Aufpassen. Ja. Boah, die Tür ist auch schon auf und aufgehend. Warst du das? Ja, ja. Das war ich. Gerichte werden aufgeschaltet. Da steht ein Kapkan. Äh, ne... Schütztyp. Wer ist denn immer? Tachanka. Tachanka. Pendejo. Tachanka. Der ist ja alle bewegt, oder? Ja. Der bewegt sich halt noch hinten drin. Der ist hinterm Billardtisch. In der Mauer. so klein zu gehen ich glaube der letzte der war oben nein mein gott als erster ist der Oma um es noch getippt wird ja kein Ding es ist keine Panik nur einmal kurz gesehen gewichst alles gut aber das ist nicht wirklich ein gutes Kompliment einmal kurz gesehen und schon gewichst eigentlich hast du recht das wäre ein Kompliment für die Frau so der ist oben warum höre ich denn drauf ich habe doch selber noch gesehen dass das Ziel noch umkämpft ist ja sorry ne alles gut alles gut denkt man nicht ständig wenn es falsch irgendwie ich bin dauerhaft falsch what's wrong with you everything ich bin so ich bin so falsch dass ich irgendwann richtig sein muss proof of wrong Theorie funktioniert hier nicht ich brauche wieder Energie Konzentration erlassen Alter bei uns ist Monster was kommt Gruber auch rein ich überweist die 100 Euro und du holst mir zu Kaufland mach ich äh 88 Cent muss nach Kaufland äh Leute das ist keine Werbung wir kaufen nicht gerne bei Kaufland einkaufen das sind sich genau nach Netto Rewe plus Aldi Lidl Penny was weiß ich nicht das ist das ganze Werbung für Red Bull was hast du denn jetzt gemacht da hab ich die auch reifert Red Bull Werbung ich verstehe na die Leute wir haben ja von Monster geredet Scheiße obwohl ich weiß gar nicht sind die Battlefield-Folgen wo wir so über Monster abgefixt haben jemals rausgekommen ich weiß es gar nicht aber Leute wir lieben Monster die Hardline meinst du ne? ja ja mit Sicherheit ist das eigentlich jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil für uns weil ich mag die Garage zum Beispiel überhaupt nicht als Angealter ne ich auch nicht ne ich auch nicht also aber als Verteidiger ist die auch ziemlich scheiße na ok da ist irgend da gibt es nicht nicht viele Bläser wo man sich verstecken kann ich geh mal in die Kamera hier ist ein Feind drin gegenüber von der ich hab ihn hier da markiert also ja das ist weit weit also ich könnte abschießen tatsächlich hat jemand Claymore? nein nein aber ich mach hier auf wenn du willst ne ne ich wollte nur Claymore haben kann selber aufmachen die Kamera ist kaputt ja die Kamera ist kaputt Fuse hier mal auf ja ey scheiße ja dachte ich mir schon dass der von dort schießt ey Ron kannst du mal kurz ping wo offen ist hier warte 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 lass mich erstmal kurz ja warte lass mich die Kamera vorher noch legen ja mach weil es einer meint hier rausrennen zu müssen ein verletzt wieder ja versuch's nochmal einer oben mach rauf ach komm ja auch kein gekillt doch einer doch äh da war rechts im Raum also Jimmy unter dir also was fuck ich bin äh hab ihn noch abgeknallt aber nichts getroffen ah scheiße mach das mach das ja wenn es gehen würde ich such gerade den Punkt das gibt's nicht ich will den Punkt nicht Alter da kommt einer raus ne der geht drauf alles gut ja jetzt geht äh ja jetzt ja jetzt mir einer ist draußen geht los nice wie ist immer noch einer unter mir wa hm oben unter dir müsste sein also da rechts oder an der Treppe da wo dies ähm weißt du hier oder was das Zimmer das Zimmer mit dem Geld ist ja hier irgendwo war er guck mal du kannst hier auch springen geh runter weil da ist ein Loch hat das Loch mich getötet und der stand rechts an der Treppe da genau da weiter ist ne Treppe und naja weiß ich weiß ich weil der gleiche der mich gekillt hat der ist unten gewesen an der Treppe da ich hoffe nicht dass der sich hier versch- 40 Sekunden ja geh lieber einfach öh versuch rein zu gehen weil ne ne alter da hab ich die Wande erschreckt das kann einer links im Raum sein ne naja es hat ja noch funktioniert so rein nachgeladen und reingehen ja tue ich dann werde ich davor oben na ich habe ihn auch verletzt das heißt ihr gewinnt er ist Doc wir haben verloren er war Doc wir haben verloren schon wieder Doc ja ja ich habe ihn ins Bleed-Out gemacht genauso wie er mich aber er war Doc nein schade ach schade das ist mir vorhin auch passiert dass er im Bleed-Out war und ich dachte oh mein Gott er ist tot und ist gut alter egal das waren das war mal fast ein Draw ja liebe Leute das war auf jeden Fall ich finde das Spiel gerade die letzte Runde war nicht ganz interessant deswegen würde ich sagen die Folge seht ihr knapp verloren aber ja warte ey gut dass ich den Shit aus hab liebe Leute wir wünschen euch was also ich habe 5 Kills gemacht ich kann mich nicht beschweren Ron hat 4 gemacht 4 gemacht FG in die 3 also auch wieder 12 Kills für Jimmy June wir wünschen euch was und sehen euch demnächst wieder hier bei meinem Lieblingskanal wir sind cool bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal